Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Montag, der 3. April 2017. Martin Pockipsi-Rechstein ist wieder für euch da und ihr befindet euch heute in der Geek Talk Daily 0088. Ich habe heute die folgenden Themen mit für euch dabei. Zu meinen 1. April-Scherze. Apple Pay, Apple in Schweiz, Hack the Trump. Google kann Geräusche des Körpers wiedergeben. Game of Thrones, Xbox One Update und Interrupt Tools. Beginnen wir mit dem 1. April. Es kann sein. Der Jan hat ja schon was gezwitschert, dass er sich freut, wenn ich irgendwo in so einen lustigen 1. April-Scherz reinfalle. Ich hoffe, das passiert mir nicht. Ich habe extra alle Dokumente oder besser gesagt Links dazu gelöscht, aber man weiß ja nie. Was gab es alles? Snapchat hat einen Instagram-Filter vorgestellt. Bing hat irgendwas getan. Reddit, da gab es was. Es gab ein Windows-10-Update, sprich, dass Windows Open-Source wird komplett. MacLearn hat irgendeinen Scherz gehabt. Google hat einen Gnome auf die Nutzer gehetzt. Amazon versteht jetzt auch Tiere, also Alexa, Amazons Sprachassistenten. Und diverse weiteren 1. April-News. Schauen wir mal weiter mit den News. Wenn ich wo reingefallen bin, bitte melden. Ansonsten, wenn ihr einen guten Scherz gefunden habt, lasst es uns doch wissen. Ich habe keinen gefunden. Muss aber ehrlich sagen, ich habe auch nicht allzu lange gesucht. Gut, beginnen wir mit Apple Pay. Es gibt ein neues, genauer gesagt ein 15. Land, in dem weltweit Apple Pay verfügbar ist. Neben USA, Grossbritannien, Kanada, Australien, China, Singapur, Schweiz, Frankreich, Hongkong, Russland, Neuseeland, Japan, Spanien und Irland ist nun auch Taiwan mit dabei. Die starten insgesamt mit sieben Banken, also deutlich mehr als wir hier in der Schweiz haben. Und sind auch sonst auf weiteren Plattformen oder Zahlungsplattformen besser gesagt vertreten. Das scheint da ein bisschen runter zu laufen. Mal schauen, wie das weitergeht. Und vor allem Deutschland, Österreich. Wann wolltet ihr nochmals kommen? Dann weiteres zu Apple. Es gibt ja immer wieder mal diese News zum internen Projektnamen Titan, Titan, wie auch immer. Das Apple-Auto. Anscheinend will Apple jetzt auch sogar schon in der Schweiz forschen. Zumindest wenn man den Gerüchteküchen glauben mag. ein Schweizer Magazin oder besser gesagt eine Schweizer Zeitung hat berichtet, dass die ETH oder besser gesagt von der ETH ein paar Forscher abgezogen wurden. Also abgezogen, abgeworben wurden. Und die jetzt für Apple forschen sollen anscheinend in dem Bereich mit diesen lustigen Autos. Ja, ich bin mal gespannt, wenn es dann soweit ist und vor allem wer und wo da rumgeschraubt worden ist. Ein bisschen Bewegung in dem Bereich würde sicherlich nicht schlecht tun. Und Apple könnte auch ein neues Cash Cow oder eine neue Cash Cow ertragen. Dann gab es noch ein bisschen mehr Apple-Themen. Der Terry Blanchard. Das ist einer der Herren, der an Apple Mail gearbeitet hat. Der eine oder andere, der auf OS X oder Mac OS besser gesagt setzt, kennt das sicherlich und nutzt das eventuell auch. Der junge Herr, der geht jetzt weiter und arbeitet in Zukunft am Client Spark. Das ist ein alternativen E-Mail-Client von der Firma Rattle. Und ja, da soll er in Zukunft tätig sein. Das gibt es auch für Mac OS und iOS und soll zukünftig auch für Android entscheiden. Bin mal gespannt, wer dann als nächstes diesen Spark-Client aufkaufen wird und somit sich den Jungen holt. Dann haben wir Hack the Trump. Anscheinend soll es russischen, zumindest das war es, was ich am meisten herausgelesen habe, Hackern gelungen sein, die New York Post zu hacken und deren ihre Push-Notifications zu missbrauchen, um den Herrn Trump ein paar Nachrichten zu schicken. Ich nehme an, der wird das schon irgendwie mitbekommen haben. Ich denke auch, dass das ein kleines Nachspiel haben könnte oder ja, mal schauen, was da mit den Hackern passiert. Ja, solche Push-Notifications, würde mich nicht wundern, wenn in nächster Zeit mehr von denen gehackt würden, weil da scheint es der eine oder andere Loch zu geben. Der Google Assistant, der wird ja seit einer circa drei, vier Wochen für diverse Modelle im Android-Smartphone-Bereich ausgerollt. Und da gibt es im Hintergrund die sogenannten Actions on Google. Das ist die quasi, ja, wie soll ich sagen, die Schnittstelle, die über die Dritt-Apps mit eben dem Assistant agieren können. Und dazu gibt es eine Sound-Bibliothek. Und die Sound-Bibliothek, die kann nicht nur irgendwelche Geräusche ausgeben, wie Alarme, Cartoons-Geschichten, Türen, die fallen und Horror-Geschichten. Da kommen auch ein paar Körpergeräusche rüber, wie eben ein Furz oder ein Rülpser etc. Und das haben jetzt ein paar Leute gefunden und ja, deshalb gibt es einen Beitrag mit Hörproben. Wer sich das antun möchte, daily.geektalk.ca. Da haben wir einen Beitrag vom Google-Watch-Blog verblinkt. Da könnt ihr euch die drei Dinge runterladen und anhören. Game of Thrones. Ich habe es bis jetzt immer noch nicht geschafft, mir die Serie anzuschauen. Die geht aber in die zweitletzte Runde. Ab Juli diesen Jahres soll es soweit sein. Und der erste Trailer ist rausgefallen. Und Spoiler-Gefahr ist dann gesagt. Also wer da nicht gespoilt werden möchte, sollte sich den Link definitiv nicht anklicken. Da als nächstes haben wir Alexa schon wieder und das Huawei Mate 9. Alexa kommt oder ist auf das Huawei Mate 9 gekommen. Der Sprachassistent aus dem Hause Amazon schafft es auf immer mehr Geräte gleich mal vorne weg. Natürlich ist es möglich, da die ganzen Skills aufzurufen. Mittlerweile gibt es ja über 7000 Stück davon, also ziemlich viel. Was aber leider natürlich nicht geht, ist das Ganze auch mit dem entsprechenden Keyword anzusprechen. Ich sage es jetzt extra nicht. Ich möchte ja nicht, dass eure lustigen Assistenten zu Hause und im Büro anspringen. Da gibt es sicherlich noch das eine oder andere zu tun. Cortana will ja auch auf diverse Geräte kommen und noch andere solche Assistenten. Also somit bleibt da noch einiges zu tun. Und ich denke, da wird sich Google nicht so schnell in die Karten spielen lassen. Gehen wir über zu Microsoft. Die haben ein Update bekommen auf ihr Xbox. Die Spielekonsole hat ein ja doch recht umfangreiches Update. Ein Gigabyte in Menge erhalten und hat auch optisch einiges mitgemacht. Also sprich, wenn ihr jetzt auf den Xbox-Button bei der Fernbedienung, also beim Gamepad drückt, landet ihr nicht mehr direkt auf dem Homescreen. Es sind so ein paar ziemlich grössere Änderungen. Sinnvolle Änderungen. Es wurde auch der Streaming-Dienst Beam, so das Twitch-Bandant von Microsoft, integriert. Heisst, ihr könnt damit gleich aus dem System hinaus eure Spiele streamen. Was alles noch mehr drin ist, könnt ihr bei uns im Blog via Link nachlesen. Meine letzte News geht um Interrupt-Tools. Sagt euch das was? Nicht? Das ist eine App, die es für Windows Phone, also aus dem Windows Store gibt. Windows Phone, sagt euch das etwas? Der war fies. Nee, Quatsch. Wenn ihr noch ein Windows Phone besitzt, solche liegen ja teilweise rum, könnt ihr die über das Interrupt-Tool hacken. Also hacken ist übertrieben gesagt, ihr könnt es jailbreken, wie man es ja vom iPhone oder bei Android mit den Routen her kennt. Da kann man gewisse Dinge zusätzlich ansteuern oder man kann Funktionen freischalten, die sonst nicht gehen. Man hat zum Beispiel Zugriff auf die Registry vom Smartphone. Man hat besseren Zugriff auf den SSH-Protokoll. Ihr könnt die Benachrichtigungs-LED für andere Dinge nutzen, für Push-Notifications und was auch immer. Und weitere solche Geschichten. Fernzugriff auf das Gerät. Das klingt für mich, für Eltern am sinnvollsten. Und solche Geschichten, also wer das machen möchte, muss da nicht mehr in graue Wegen wählen, weil bis jetzt ging das nicht offiziell über den Store. Bald schon kommt die App definitiv in den Windows Store und ihr könnt es dann selber mal ausprobieren. Ich werde es mit meinem Windows Phone mal testen. Ja, Montag ist rum. Also zumindest die Folge des heutigen Montags. Ich darf euch durch die aktuelle Woche begleiten, freue mich darauf und habe sicherlich morgen, übermorgen und die nächsten Tage wieder ein paar interessante Neuigkeiten für euch. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen und vor allem guten Start in den Tag. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.